Was unterscheidet eine gute von einer schlechten Mastermind? In diesem Video möchte ich mit dir über dieses Thema Mastermind sprechen und vor allen Dingen, was ist überhaupt eine Mastermind? Wie kannst du von einer Mastermind profitieren und warum ist unsere Mastermind die absolut geilste auf diesem Markt? Kommen wir zum ersten Punkt. Was ist eine Mastermind? Eine Mastermind ist, wenn sich mehrere Selbstständige und Unternehmer treffen, zusammentun und miteinander sprechen, um an ihren Zielen zu arbeiten. Das heißt, man tauscht sich aus, man gibt sich gegenseitig Input, man hat eine neue Marketingstrategie entdeckt und will die jetzt mit anderen Menschen teilen und in diesem Moment lernen die anderen davon, können das vielleicht für sich selbst anwenden und dann teilen sie wiederum ihre neuen Ideen, die sie im Sales-Bereich entdeckt haben und so weiter und so fort. Das heißt, eine Mastermind ist ein Ort, wo Menschen ihr Wissen teilen, wo sie ihr Ego quasi fallen lassen, sagen, hey, ich mache vielleicht diese Fehler, ich bin hier noch nicht so gut drin und sich austauschen, um eben erfolgreicher zu werden. Und das insbesondere im Bereich von Business, das heißt bei Selbstständigen und Unternehmern. Masterminds sind wirklich hervorragend und deswegen haben wir in jedem unserer Coaching-Programme auch immer eine Mastermind enthalten. Das bedeutet, bei uns kommen die Kunden live vor Ort hier vorbei, wir haben Seminare, wo du dich austauschen kannst mit anderen Kundinnen und Kunden. Wenn du selbst aus einer Stadt kommst, irgendwo in Deutschland, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass irgendein anderer unserer Kunden auch in deiner Gegend wohnt, in deiner Region wohnt. Und du kannst dich zum Beispiel connecten, das heißt, wir haben teilweise Kunden, die treffen sich in größeren Gruppen auch mal irgendwo in München zum Beispiel oder in Hamburg oder in Frankfurt, tauschen sich aus, sprechen über ihr Business oder haben einfach gemeinsam mal einen coolen Abend und verbringen eine coole Zeit, wenn sie gemeinsam essen gehen. Und das ist sehr, sehr spannend, weil dieses soziale Geflecht, diese Mastermind sorgt dafür, dass du selbst erfolgreicher wirst, aber auch andere Leute, die um dich herum sind, gleichzeitig erfolgreicher machst. Darüber hinaus haben wir in jedem unserer Coaching-Programme immer eine Online-Mastermind. Das heißt, wir haben eine Community mit unseren Kundinnen und Kunden, wo du dich jederzeit austauschen kannst, wo du immer auch, sage ich mal, nochmal Leute kennenlernen kannst, national oder auch international. Und dich mit diesen austauschen kannst, sprechen kannst und über dein Business reden. Das sind einfach Menschen, die dich verstehen. Endlich normale Leute quasi. In diesem Video möchte ich allerdings über unsere Marktführer-Mastermind sprechen. Was die Marktführer-Mastermind ist, das ist unsere Mastermind, das ist quasi ein extra Coaching-Programm bei uns für die absoluten High-Performer in unserem Kundenstamm, die selbst Marktführer in ihrem Segment sind oder es gerade werden wollen und auf einem guten Weg dorthin sind. Das heißt, hier kommen wir zusammen einmal im Quartal, tauschen uns aus und ich möchte darüber sprechen, was diese Mastermind unterscheidet von anderen. Leute, die in dieser Mastermind sind, sind zum Beispiel Jonas Eisert von Loftfilm, den kennt man. Er hat einen riesigen Markt, sein bester Monatsumsatz war 820.000 Euro in einem Monat, was er erreicht hat. Fair Family ist auch Teil unserer Mastermind, die Veranstalter des Top-Arbeitgeber-Kongress. Auch die mit 740.000 Euro Monatsumsatz mit einem Top-Monat unterwegs gewesen. Oder auch Max Wolf, der den Immokongress veranstaltet, ein Coach für Immobilienmakler, der ist in der Immobilienbranche super, super bekannt. Wir haben sehr, sehr viele bekannte Teilnehmer bei uns im Training in dieser Mastermind drin, die du auch sicherlich kennst, wenn du dir jetzt die Liste anschauen möchtest. Aber auf unserer Seite findest du auch mehr Informationen, wer so die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind. Darum geht es jetzt gar nicht. Aber du merkst, das ist eine Veranstaltung, wo Leute sind, die wirklich sehr, sehr, sehr erfolgreich unternehmerisch sind, die schon sehr, sehr viel geleistet haben. Und genau, darum soll es jetzt in diesem Video auch gehen. Und ich möchte dir erklären, warum unsere Marktführer-Mastermind so extrem gut ist, warum die so gut funktioniert und was du vielleicht für dich selber mitnehmen kannst, wenn du eine eigene Mastermind veranstalten willst. Oder wenn du vor der Entscheidung stehst, soll ich die Baulig-Mastermind buchen oder soll ich vielleicht irgendeine andere Mastermind buchen. Und ich möchte dir erklären, warum unsere so gut funktioniert und was du davon mitnehmen kannst. Was zeichnet also eine gute Mastermind aus? Nun ja, ganz, ganz einfach. Regelmäßige Treffen sind so das allererste Kriterium, das du beachten solltest. Deswegen ist es bei uns so, in jedem Coaching-Programm hast du die Möglichkeit, bei uns live vor Ort vorbeizukommen. In unserer Mastermind ist es so, dass du sogar jeden Monat quasi die Möglichkeit hast, vorbeizukommen. Denn wir machen jeden Monat Events. Wir haben einmal unseren Office-Tag, wir haben unseren Exzellenztag, wir haben unsere Geschäftsführertage und wir haben natürlich unseren Marktführer-Mastermind-Wochenende. Und da die jeden Monat stattfinden, hast du quasi in unserer Mastermind die Chance und die Gelegenheit, immer zu kommen. Wenn du jetzt im Exzellenztraining bist, kannst du auch jedes Quartal minimum zweimal vorbeikommen. Und dieses regelmäßige Vorbeikommen ist natürlich etwas, was dich antreibt, dich motiviert, weil du halt einfach weißt, okay, da ist wieder ein Event, ich gehe wieder hin, ich bleibe immer mit Fokus dabei und dadurch gewinnst du halt Konstanz in deinem Business. Du arbeitest ja konstant immer weiter an deinem Geschäft und arbeitest sozusagen auch konstant an deinem Erfolg und vernachlässigst diesen nicht, weil du dich ja sowieso immer wieder regelmäßig triffst mit den anderen Menschen in dieser Mastermind, aber auch mit uns logischerweise, die dann schauen, dass du weiter vorankommst. Das heißt, du lernst nicht nur inhaltlich etwas, sondern du bist auch einfach konstant am Arbeiten. Und diese regelmäßigen Termine, das ist schon mal ganz, ganz wichtig, dass es die gibt. Wenn es die nicht gibt, dann ist das schon mal ein sehr, sehr schlechtes Zeichen dafür, ob diese Mastermind wirklich gut ist oder nicht gut ist. Und die gibt es bei uns auf jeden Fall. Der nächste Punkt ist, in der Mastermind wird auch gearbeitet. Das heißt, wenn du eine Mastermind buchst und du gibst da ja wirklich sehr, sehr viel Geld für aus, auch für ein Coaching, dann möchtest du natürlich auch erfolgreich werden. Das heißt, du willst ja auch vorankommen. Und deswegen sollte der primäre Fokus sein, dass du, wenn du eine Mastermind buchst, natürlich auch an deinem Business etwas machst. Das heißt, dass du dich auch hinsetzt morgens, dass ihr Themen durchgeht, dass ihr die besprecht, dass ihr die bearbeitet, dass du quasi vorankommst, dass du mit etwas nach Hause gehst, was du jetzt anwenden kannst am nächsten Tag und wo du sofort loslegen kannst und dein Geschäft voranbringst. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist das schon mal komplett lost. Es gibt auch Masterminds, wo man irgendwie an einen Urlaubsort fliegt, sich irgendwie in einen Seminarraum reinsetzt, irgendwie bei 35 Grad und dann quasi aus dem Fenster rausschauen kann aufs Meer und dann da die Sonne sieht. Was ist der Sinn davon? Ich verstehe, das macht für mich gar keinen Sinn. Wenn ich Urlaub machen will, dann fliege ich in den Urlaub. Wenn ich arbeiten will, dann fahre ich irgendwo hin, wo ich auch wirklich eine richtige Arbeitsatmosphäre habe, wo ich auch gut arbeiten kann. Aber ich buche doch kein Hotelzimmer, was mich vielleicht 800 Euro die Nacht kostet, für mehrere Tage, um dann den ganzen Tag in einem Seminarraum zu sitzen. Aus diesem Grund ist es bei uns so, unsere Mastermind ist wirklich darauf ausgelegt zu arbeiten, nicht irgendwie Pseudo-Urlaube zu machen, um mich irgendwo hinzusetzen und da zu chillen, sondern wirklich ist es ausgelegt, Ergebnisse zu erzielen, zu arbeiten, am Business, das voranzutreiben und zu entwickeln. Deswegen gibt es bei uns in der Mastermind auch so eine sogenannte Workation, wo wir dann wirklich mal ins Ausland fliegen gemeinsam. Da hat dann jeder die Chance oder die Möglichkeit einfach zu kommen, der in der Mastermind ist, kann sich da einfach einklinken, aber da wird dann auch nicht gearbeitet, sondern da wird quasi gechillt. Das heißt, wir sind dann dort irgendwie am Strand. Du weißt ganz genau, die anderen Mitglieder der Mastermind sind auch dabei. Du kannst mit denen über das Business reden, dich austauschen, wenn du magst, aber primärer Fokus dieser Reise ist Urlaub und Entspannung und nicht eben in einem mit AC gekühlten Seminarraum zu sitzen und in irgendwelchen Businessdingern zu arbeiten, obwohl du eigentlich denkst, hey, was mache ich hier gerade? Weil im Endeffekt, was ist, was bringt dir das? Du bist im Urlaub, deine Familie fragt dich wieder, du sagst wieder, ja, ich gehe auf die Mastermind, ich gehe arbeiten und dann sehen sie Instagram-Stories, wie du irgendwie, keine Ahnung, vom Pool Sachen filmst und das ist ja nicht der Sinn der Übung. Du musst deine Mastermind umzuarbeiten und eben nicht um Urlaub zu machen, oder? Der nächste wichtige Faktor, den du prüfen solltest, ist, hat die Mastermind aufbauenden Content? Bei uns ist es so, dass du nur in unsere Marktführer-Mastermind reinkommen kannst, wenn du schon unsere vorherigen Trainings durchlaufen bist. Das heißt, wir haben die Marktführer-Mastermind entwickelt für Bestandskunden und nicht für Neukunden. Du kannst jetzt zu mir kommen und sagen, hey Markus, ich bin der Größte, ich mache so viel Umsatz, ich bin so toll. Und dann sagst du, ich möchte gerne eine Marktführer-Mastermind kaufen. Dann sage ich, das ist sehr schön, aber du kommst da nicht rein. Weil wenn du so groß und so toll bist, dann kannst du unsere anderen Trainings erstmal durchlaufen und die buchen und dir die Basics aneignen. Warum ist das so? Naja, wir haben halt in unserem Coaching-Programm extrem geile Inhalte und die sind abprobt, die funktionieren. Unsere Kundinnen arbeiten mit unserem Coaching-Programm, dann haben sie Ergebnisse, wachsen und so weiter und so fort. Aber da gibt es ja auch solche Basics drin, die du quasi als Unternehmer und Selbstständiger irgendwie erfüllen musst. Und darauf aufbauend gibt es die ganzen Inhalte in unserer Mastermind dann später, um eben diese Sachen nochmal extrem zu pushen. Das bedeutet, unsere Kundinnen und Kunden, die in der Mastermind sind, die haben die anderen Programme durchlaufen, haben dieselbe Basis, können sich wunderbar unterhalten über all die Thematiken und können dann perfekt an ihrem Geschäft arbeiten. Wenn du das nicht machst, wenn deine Mastermind nicht so aufgebaut ist, dass du quasi erstmal die anderen Inhalte richtig umgesetzt haben musst, um überhaupt reinkommen zu dürfen, was passiert dann? Naja, du sitzt irgendwie in so einer Mastermind, wo du dann erwartest, über voll die geilen Themen zu sprechen, die so richtig, sag ich mal, auf einem hohen Level, auf einem hohen Niveau sind und immer wieder zwischendurch kommen Fragen, wo du dir denkst, hä, was ist das denn für eine Frage? Das ist ja komplett basic. Das heißt, du sitzt dort, erwartest total den geilen Content, erwartest ein Gewitter an Strategien, wo du sagst, boah, geil, damit gehe ich jetzt nach Hause und das wird richtig cool funktionieren, das setze ich jetzt erstmal um. Und immer wieder hast du ständig irgendwelche Fragen, wo du das Gefühl hast, hey, hier sitzen doch irgendwelche Anfänger bei mir. Hier sitzen irgendwelche Leute, die sind gar nicht vielleicht auf einem unternehmerischen Level wie ich. Das heißt nicht, dass diese Leute irgendwie, sag ich mal, verkehrt sind oder so, auf gar keinen Fall, ja. Wir arbeiten ja auch sehr, sehr viel mit Anfängern, aber du willst ja erstmal die Anfänger entwickeln, dass sie halt, sag ich mal, auf demselben Welle unterwegs sind wie du selbst. Und dann ist es ja auch vollkommen in Ordnung. Das heißt, bei uns hat ja jeder Kunde in jedem unternehmerischen Level, wo er unterwegs ist, die Möglichkeit, ein für ihn perfektes Programm zu buchen. Und wenn du aber eine Mastermind machst wie wir, wo du sagst, hey, hier geht es wirklich darum, richtige Top-Performance, High-Performance auf die Beine zu stellen und PS auf die Straße zu bringen, dann brauchen alle auch das gleiche Fundament. Und wenn sie das nicht haben, dann ist das extrem, extrem schwierig zu arbeiten. Der nächste wichtige Punkt ist, dass du immer wieder neuen Content bekommst, wenn du auf die Mastermind gehst. Das heißt, du möchtest ja nicht irgendwo hingehen, um dir dann immer wieder das Gleiche anzuhören. Dafür buchst du ja nicht irgendeine Mastermind, sondern du möchtest immer wieder etwas Neues lernen, etwas Neues mitnehmen und idealerweise auch für immer in dieser Mastermind irgendwie drin bleiben und immer wieder neue Learnings haben. Deswegen ist es bei uns so, dass wir bei unserer Mastermind nicht nur die Veranstalter sind, bei der Marktführer Mastermind, sondern auch selbst logischerweise Teilnehmer. Das heißt, wir gehen auf die Bühne und wir bringen jedes Mal komplett neuen Content mit. Wir können das, weil wir jeden Monat und jeden Monat uns immer wieder selbst weiterentwickeln. Das heißt, wir haben ja einmal im Quartal auch selbst Innovationen, die wir bei uns vorantreiben und die teilen wir eins zu eins genauso mit unseren Marktführer Mastermind Teilnehmern wieder weiter. Das kann alles möglich sein. Das können Vorlagen sein, das können geile Strategien sein, das können irgendwelche Marketing Moves sein, die wir gelernt haben. Das könnten Ergebnisse von Kampagnen sein, Fallstudien und so weiter und so fort. Das heißt, wir gehen ganz genau im Detail hin und geben unseren Kundinnen und Kunden alles mit. Ein Beispiel, wir haben zum Beispiel eine komplett neue Strategie im Thema Empfehlungen bei uns herausgefunden und ich habe die komplett in einer zweistündigen Session allen unseren Marktführer Mastermind Teilnehmern erklärt. Die konnten daraufhin sofort das Ganze für sich umsetzen und haben jetzt einfach eine viel größere Anzahl an Empfehlungen, als sie je zuvor an ihrem Business hatten. Und das ist nur so ein kleiner Baustein, der aber für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer schon mehrere hunderttausend Euro bis Millionen Euro sogar im Jahr ausmacht, wenn sie ihn einfach implementieren. Und das ist ja das, warum du irgendwo hingehst, weil du immer wieder diesen neuen Kick haben willst und sagen willst, jetzt habe ich was gelernt, was mich wirklich auf ein neues Level unternehmerisch hebt und weiterbringt. Das ist ganz, ganz entscheidend. Wir wollen nicht immer dieselben Inhalte, sondern immer wieder etwas Neues lernen, um auch sozusagen mit Neugier auf das Eventwochenende fahren zu können. Aus diesem Grund ist sehr, sehr wichtig, dass eine Mastermind keine branchenfremden Speaker hat. Bei uns wirst du sowas niemals erleben. Wir werden niemals irgendwelche Random Speaker einladen, die vielleicht überhaupt nicht ansatzweise etwas mit dem Markt zu tun haben, in dem sich unsere Kundinnen und Kunden bewegt. Das ist eben der Coaching und Consulting, der Beratung, der Dienstleistungsmarkt, weil das einfach nichts bringt. Es bringt nichts, sich Strategien anzuschauen von Menschen, die vielleicht in einem komplett anderen Marktsegment unterwegs sind, in ganz, ganz anderen Märkten sich bewegen, weil die sich nicht in die Situation von unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern hineinversetzen lassen können. Bei uns ist zum Beispiel Raoul Plickert häufiger Gast auf der Mastermind. Und wenn der über Marketing spricht, wir haben zum Beispiel einen riesigen Blog über das Thema Marktführer-Marketing gehabt in der Vergangenheit, bei einem unserer Events. dann ist das von einer Person, die den Markt kennt, die ein riesiges Standing hat in diesem Markt, die genau weiß, worauf es ankommt. Und wenn der dann Input gibt an unsere Kundinnen und Kunden in der Mastermind, dann ist das mega, dann ist das extrem, extrem geil, weil er einfach ein unfassbares Know-how im Thema Paid Advertising hat, im Thema Branding hat, im Thema Direktmarketing hat. Er hat auch eine riesige Softwarefirma aufgebaut mit CopeCard. Kann ich auch empfehlen an dieser Stelle. Und wenn so jemand spricht, dann sind die Ohren von den Teilnehmern gespitzt, weil sie wirklich etwas lernen. Ich kenne andere Masterminds, da werden dann irgendwelche Speaker gebucht, die, keine Ahnung, irgendwie ein bisschen Fame sind, die man vielleicht kennt aus Film und Fernsehen, ein bisschen Stars sind, die man aber im Endeffekt selber buchen könnte für 10.000 Euro. Das heißt, du zahlst vielleicht über 100.000 Euro, um in einer Mastermind teilzunehmen, um dir dann einen ganzen Tag einen Speaker reinzuziehen, den du selber buchen könntest für einen Bruchteil des Geldes. Das heißt, du gibst quasi Geld aus, um dir etwas anzusehen, was du nicht mal selbst auswählst, weil es wird dir einfach vorgesetzt, du kannst gar nicht entscheiden und könntest eigentlich auch dieselbe Person buchen für weniger Geld und sie würde sogar zu dir in dein Büro kommen und mit dir eine 1 zu 1 Session machen und nicht in so einer großen Massenveranstaltung mit mehreren Dutzenden oder Hunderten anderen Menschen, die vielleicht auch gerade in dieser Mastermind sind. Da sehe ich den Sinn gar nicht drin und vor allem die Inputs, die die Person liefert, sind halt einfach nicht, sage ich mal, auf dein Business direkt anwendbar und das finde ich schon echt krass, wenn man so viel Geld ausgibt, dass das da nicht sofort anwendbar ist. Das muss eigentlich sofort anwendbar sein, sonst finde ich das schon sehr, sehr heftig, einfach vom Pricing her. Wenn du allerdings sowas feierst, wenn du sagst, hey, ich feiere einfach, ich möchte gerne erfolgreiche Menschen sehen, dann kann ich dir sowieso einfach eine Eventreihe empfehlen und zwar die Gewinnernacht, einfach auf www.gewinnernacht.de. Da sind immer Speaker sehr, sehr erfolgreiche Menschen, die kann man sich reinziehen und dann reden natürlich über Erfolg allgemein und da kann man natürlich schon etwas mitnehmen, klar, an der Stelle. Und kannst einfach abchecken, es ist eine super Veranstaltungsreihe vom DCL Verlag, mega geil, einfach ansehen, war selbst auch schon zweimal Speaker dort und auch da werden immer wieder krasse Speaker gebucht, die man sich gerne ansieht. Aber das hat dann mehr, sage ich mal, so ein Unterhaltungsformat und weniger dieses Mastermind, ich will arbeiten, mein Business voranbringen Format. Weil so ein Ticket für die Gewinnernacht, das kostet, keine Ahnung, 50 bis 100 Euro und nicht eine sechsstellige Summe oder so. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der eine gute von einer schlechten Mastermind unterscheidet, ist der Punkt, dass es nicht um die Akquise anderer Teilnehmer geht. Wenn du eine Mastermind buchst und dir dabei denkst, oh, ich buche die jetzt, weil da kann ich ja andere Leute als Kunden gewinnen, dann ist das der falsche Ansatz. Du solltest nicht eine Mastermind nur allein mit diesen Beweggründen buchen. Wie ich ja eben schon gesagt habe, eine Mastermind soll dein Unternehmen voranbringen, soll dich geschäftlich wachsen lassen und sollte nicht, sage ich mal, ein Ort sein, wo du einfach nur Akquise machst. Bei uns in dem Training ist es so, wir wissen ja ganz genau, wenn jemand unsere Mastermind bucht, wie die Person tickt, weil wir ja schon mit ihr vorher gearbeitet haben. Das heißt, wir wissen auch ganz genau, die Person kommt nicht nur, um sozusagen Sales auf der Mastermind zu machen. Das macht auch gar keinen Sinn, weil wenn du ja schon unsere vorherigen Trainings durchlaufen bist, dann kennst du die Leute, die in der Mastermind sind, ja sowieso schon, weil die ja vorher auch schon auf Events waren, wo du sie kennenlernen konntest. Deswegen ist es gar nicht so der treibende Faktor bei uns und das ist auch sehr, sehr wichtig, weil es soll ja nicht darum gehen, dass du irgendwie irgendwo ein Wochenende verbringst, nur um irgendwie nochmal ein paar Abschlüsse zu generieren. So sehr auf Geld angewiesen sind unsere Mastermind-Teilnehmer sowieso nicht. Die können sich das auch alles leisten, ohne dass sie jeden Tag irgendwie ein Close machen müssen. Das heißt nicht, dass man nicht mit anderen Mastermindern zusammenarbeiten sollte, aber darum soll es nicht im Hauptfaktor gehen. Ich kenne andere Masterminds, die Leute einfach nur buchen, weil sie sich dadurch erhoffen, mehr verkaufen zu können. Stell dir vor, beispielsweise du bist ein Steuerberater, ja natürlich macht es Sinn, irgendeine Mastermind zu buchen, weil da sind ja ganz viele Unternehmer und die könntest du ja natürlich als Mandanten gewinnen. Das ist sehr, sehr klar und das ist auch, sag ich mal, an sich smart, aber das sollte nicht der alleinige Grund sein, warum du eine Mastermind buchst. Da gibt es auch ganz wilde Geschichten. Zum Beispiel gibt es Mastermind, da gibt es dann quasi schon diesen einen Steuerberater, der in dieser Mastermind sozusagen der Steuerberater für alle Menschen in dieser Mastermind sind und wenn du jetzt als neuer Steuerberater reinkommst und sagst, ja ich buche das jetzt, dann wird dir gesagt, ja klar, du kannst da Mandanten gewinnen, aber in dem Moment, wo du dann dort bist, ist es dann auf einmal doch nicht mehr in Ordnung. Das heißt, dir wird dann gesagt, hey, wir finden das nicht so gut, wenn du jetzt die Akquise machst, bitte lass das sein, wir haben hier schon den Steuerberater, den wir immer empfehlen und bitte fokussier dich darauf, einfach nur hier zu sitzen, nichts zu sagen und zu schweigen. Das heißt, du wirst da sozusagen angelockt mit der Möglichkeit, hey, buch die Mastermind, weil du gewinnst da so viele Kunden und dann darfst du gar keine neuen Mandanten gewinnen, weil schon einfach ein Platzhirsch in der Mastermind ist. Warum ist das so? Naja, dieser Steuerberater, der als erstes da war, der wird wahrscheinlich irgendeinen Deal gemacht haben mit dem Veranstalter und in dem Moment, wenn ein neuer reinkommt, darfst du natürlich nicht mehr profitieren. Und das ist natürlich schon sehr, sehr schade, wenn das der Grund ist, warum du die Mastermind gebucht hast, deswegen würde ich niemals eine Mastermind nur unter der Bedingung buchen quasi, also niemals eine Mastermind buchen mit der Absicht, um dort nur Kunden zu gewinnen. Das macht keinen Sinn, sondern es sollte schon als Gesamtpaket stimmen. Der nächste wichtige Punkt, der eine gute Mastermind auszeichnet, ist die Qualität der Teilnehmer. Das bedeutet, es ist ganz, ganz entscheidend, dass die Teilnehmer auf einem ähnlichen Level unterwegs sind. Entweder ähnliche Umsatzniveaus oder die Leute, die dort sind, sind ein paar Schritte weiter, ein paar sind vielleicht ein paar Schritte hinter dir, sodass dieser Effekt auch wirklich richtig gut funktioniert und man auch schnell und gut wachsen kann. Das bedeutet, wir haben ja extra Coaching-Programme in allen Preissegmenten mit allen sozusagen unterschiedlichen Levels an Unternehmern, sodass du bei uns quasi immer guten Gewissens unser Coaching buchen kannst und immer eine Peergroup hast, also ein Umfeld hast, was dich vorantreiben wird und dich voranbringt. Es würde nichts bringen, wenn ich jetzt unseren 740.000 Euro Monatsumsatz Kunden Fair Family nehmen würde und den zusammenpacken würde mit unserem Teilnehmer aus dem Einstiegstraining, der vielleicht gerade seine ersten 5.000 Euro gerade zum allerersten Mal abgeschlossen hat. Klar, natürlich macht es Sinn, wenn die sich mal irgendwo auf einem Event treffen, unterhalten und diese Person, die gerade angefangen hat, so merkt, hey krass, ich kann mich auch dahin entwickeln, weil als Fair Family zu uns gekommen sind, hatten die 60.000 Euro Monatsumsatz gemacht. Das heißt, da ist echt eine krasse Entwicklung und man merkt, wow, Baulig kann einen wirklich voranbringen, Baulig kann einem helfen. Dieses Gefühl ist natürlich immer gegeben, aber es würde nichts bringen, wenn wir jetzt zusammen zwei Tage verbringen. Er stellt seine Fragen, hey, wie mache ich Einwandbehandlung und Fair Family sagt, hey, wie kann ich jetzt hier meinen Traffic besser schalten, wenn ich ein Budget von 100.000 Euro im Monat ausgebe. Ihr merkt selbst, das macht inhaltlich keinen Sinn, wenn die beiden im selben Seminar sitzen, zwei Tage am Stück und deswegen ist es bei uns so, dass die Qualität der Teilnehmer immer bei jedem Training passt. Ich erinnere euch, ich habe ja auch gesagt, der Content baut aufeinander auf und das ist ganz, ganz entscheidend. Warum machen wir das so? Naja, es gibt auch Masterminds, wo das nicht beachtet wird. Das heißt, du bist vielleicht jemand, stell dir einfach vor, du machst mehrere Millionen Euro Umsatz im Jahr, sitzt dann in einem Raum, bist extra angereist, hast deiner Familie gesagt, hey, ich bin jetzt die ganze Woche erstmal weg und gehe jetzt mal arbeiten. Deine Frau hat schon gesagt, oh, muss das schon wieder sein. Hast vielleicht Stress, deswegen auch privat bekommen und jetzt sitzt du in einem Seminarraum, bist richtig hyped, was zu lernen und auf einmal merkst du, hey, in diesem Raum sitzen irgendwie, keine Ahnung, drei Viertel der Leute, die hier sind, habe ich das Gefühl, die passen überhaupt nicht zu mir, die sind vielleicht unternehmerisch nicht ansatzweise so weit, wie ich gerade bin. Das ist ja gar nicht böse gemeint, aber du musst dir halt vorstellen, du investierst ja Zeit als Unternehmer, du kreierst dir selber Stress und dann sitzt du irgendwo und hast das Gefühl irgendwie, es ist zwar cool so, ja, die Leute sind nett und es ist ja alles in Ordnung, aber irgendwie bin ich jetzt sozusagen einer der Größten hier und kann jetzt irgendwie nicht so viel mitnehmen oder lernen oder komme jetzt irgendwie auch selbst nicht so richtig voran und das Schlimme ist, es gibt sogar Masterminds, wo du jetzt selbst, wenn du erfolgreich bist, quasi dazu genötigt wirst, diesen Leuten, die noch nicht mal auf deinem Level sind, sozusagen zu erklären, wie sie jetzt quasi vorankommen. Das heißt, dann macht einfach der Veranstalter dich zum Teil des Programms und sagt, du musst jetzt hier einen Part machen, erklär den anderen jetzt mal, wie das Ganze läuft und du hast nicht so das Gefühl, dass du jetzt noch dein Wissen rausgeben musst quasi und sozusagen jetzt die anderen hochziehst, obwohl du eigentlich die Masterminds gebucht hast für dich, ja, du wolltest doch vorankommen und dein Job war ja nicht jetzt, dass andere jetzt dich applaudieren, dass du jetzt ein toller Typ bist, das wusste du vorher wahrscheinlich auch oder eine tolle Dame, aber jetzt auf einmal musst du anderen was beibringen. Das ist ja nicht der Sinn der Masterminds und warum du sie ursprünglich gebucht hast und deswegen ist es ganz wichtig, auf die Qualität der Teilnehmer zu achten, weil sonst eine Mastermind, sag ich mal, auch genau genommen einfach Zeitverschwendung sein kann, die dich nicht voranbringt und das ist ganz, ganz entscheidend und das ist sehr, sehr wichtig und das wird häufig vernachlässigt von vielen Leuten, die eine eigene Mastermind starten. Ein weiterer Faktor, der eine gute Mastermind auszeichnet, ist, dass die Kunden gut betreut werden. Bedeutet, konkret bei uns ist es so, dass wir die Masterminds nicht zu groß machen wollen. Wir wollen nicht zu viele Teilnehmer da drin haben. Wir wollen so arbeiten, dass jeder Teilnehmer, also jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin wunderbar betreut wird und an ihren Zielen arbeiten kann. Wir machen jedes Quartal, setzen sich unsere Masterminder quasi neue Ziele, an denen sie arbeiten wollen die nächsten 90 Tage. Wir sammeln diese Ziele ein, wir schauen uns sie an, wir haben neben den reinen Events, wo man sich trifft und neben den ganzen Inhalten unserer Coaching-Programme, auf die man natürlich auch Zugang bekommt in der Marktführer Mastermind, haben wir auch noch darüber hinaus einmal im Monat 1 zu 1 Calls mit unseren Teilnehmern und dann sprechen wir genauso über diese Ziele, die sie sich gesetzt haben. Das heißt, das erfordert natürlich eine gewisse Kapazität, um eben mit diesen Kundinnen und Kunden arbeiten zu können und die auch voranbringen zu können und weil das eben nicht machbar ist, dann einfach, keine Ahnung, mehrere hundert Leute in so eine Mastermind reinzupacken und dass quasi das Ergebnis auch geil ist und dieses Gefühl für diesen Teilnehmer auch mega ist, wenn er so viel Geld zum Beispiel investiert, um eben da da zu sein, dann ist es ganz wichtig, dass diese Kunden betreut werden können in einer richtig geilen Qualität. Es gibt nämlich auch so sozusagen irgendwie so Massen-Masterminds, wo dann damit geworben wird, hey, wir haben die größte Mastermind, wir haben die meisten Leute, ja, größer ist nicht immer besser, sondern du willst ja auch eine geile Qualität haben und da passiert es dann eben, dass einfach diese Mastermind sich aufbläst. Das heißt, du sitzt in einem Raum mit hunderten Leuten, du kommst ja gar nicht mehr dran, das heißt, du meldest dich, hast eine Frage, hast ein Problem oder du verschwindest sozusagen einfach in der Masse. Du hast das Gefühl, ich werde gar nicht wahrgenommen mit meinen Problemen, meine Themen werden gar nicht so richtig bearbeitet und du hast vielleicht etwas gebucht, wo du eigentlich dachtest, es wäre so mehr in einem kleinen Kreis, wo man sich cool austauschen kann, wo man selber vorankommen kann und nicht eben in so einem riesigen Massenseminar am Ende landes und nicht mehr vorankommst. Kommen wir jetzt zum letzten Punkt und ist auch ein sehr, sehr wichtiger und der ist nicht nur für Masterminds relevant, sondern für alles, was du jemals buchen wirst im unternehmerischen Kontext und zwar schau, dass die Person, bei der du kaufst, keine falschen Versprechungen macht. Bedeutet konkret, was du von uns gesagt bekommst, das bekommst du auch. Du bekommst tatsächlich diese ganzen Events, an denen du teilnehmen kannst. Du bekommst diese Gruppe an Menschen, mit denen du dich austauschen kannst, auf dem selben Niveau. Du bekommst immer wieder neue Inhalte, du bekommst immer wieder Strategien, die dein Business voranbringen. Du bekommst die nötigen Arschtritte, um logischerweise auch Gas zu geben mit deinem Business von uns und von unserem Team. Du bekommst natürlich auch diese Ziele, die du dir selbst setzt, erreicht durch dieses Konzept, wie unsere Mastermind funktioniert. Menschen, die in unserer Marktführer Mastermind sind, die verlängern die Trainings immer wieder, weil sie merken, hey, das bringt mir etwas und es macht Sinn, immer wieder dabei zu sein und das Ganze zu verlängern. Das ist für mich ein Zeichen davon, dass das, was wir machen, das Richtige ist. Und du solltest, wenn du jetzt eine Entscheidung triffst, bei welcher Mastermind du dabei sein möchtest, auf jeden Fall, auf jeden Fall darauf achten, ist das, was der Verkäufer sagt, stimmt das, ist das richtig, was die Person sagt oder sind das vielleicht irgendwelche Versprechungen, die am Ende nicht eingehalten werden. Ich habe es eben schon mal angedeutet, du bist der Steuerberater, du kommst rein mit der Hoffnung, du darfst Akquise machen, auf einmal darfst du nicht Akquise machen. In anderen Masterminds habe ich auch davon gehört, wo jemand gesagt bekommen hat, hey, wenn du meine Mastermind buchst, dann wirst du gefeatured auf meinem YouTube-Kanal und auf einmal würdest du doch nicht gefeatured auf dem YouTube-Kanal. Hey, wenn du die Mastermind buchst, dann darfst du speaken bei meinem Event und am Ende durfte die Person doch nicht speaken. Wenn du so etwas hörst, wenn du so etwas mitbekommst, das passiert, vielleicht auch in der Mastermind, wo du selbst gerade drin bist, dann solltest du dir wirklich Gedanken machen, ist das der richtige Ort für mich? Weil du möchtest mit Menschen arbeiten, die integer sind, du möchtest mit Menschen arbeiten, die auch das halten, was sie versprechen und wenn du das willst, wenn du mit solchen Menschen arbeiten möchtest, die das halten, was sie versprechen, die real sind, die das liefern, was sie auch sagen, dann check unsere Mastermind gerne ab auf www.marktführer.de. Das ist jetzt insbesondere für Bestandskunden bei uns, wenn du gerade zuhörst und du weißt, hey, ich mache sechsstellige Monatsumsätze, mehrfach sechsstellige Monatsumsätze, ich will jetzt weiterkommen und möchte gerne mich, also möchte diese Mastermind auch buchen, dann check das Ganze jetzt ab, dann meldet sich jemand aus unserem Team bei dir, du kennst ja die Kolleginnen und Kollegen, die sich dann bei dir melden werden und wenn du jetzt noch nicht Kunde bei uns bist und du findest das spannend und du findest dieses Thema auch cool und findest meine Gedanken zu dem Thema Mastermind cool und möchtest einfach eins unserer anderen Trainings buchen, wo auch immer eine Mastermind dabei ist, ich habe es ja eben schon gesagt, natürlich ein bisschen anderer Form, aber immer mit Live-Events, mit Online-Community und so weiter und so fort, das reicht auch aus für den Start, weil da gibt es wirklich genug Menschen, um sich selber da nach vorne zu kommen und die Inhalte, die du kriegst in unseren Trainings sind ja auch vollkommen ausreichend, um dein Geschäft wachsen zu lassen und voranzubringen, ja die sind ja vollkommen erpuppt, wir haben tausende Kunden, mit denen wir gearbeitet haben, die einfach diese Ergebnisse haben, wir haben sogar eine Studie gemacht, auf www.bauligstudie.de siehst du, dass unsere Kunden vor dem Training, ja wenn sie zu uns kommen, dass sie nach dem Training ihren Umsatz für 6,2-fachen im Schnitt, das ist ein Wahnsinnsergebnis, das ist wirklich phänomenal, schau es dir einfach mal gerne an, auf www.bauligstudie.de und wenn du jetzt dein Business voranbringen willst, dann check das Ganze ab, ihr auf www.andreasbaulig.de trag dich einfach ein, für ein kostenloses Erstgespräch bei uns, wir wollen dir helfen, wir wollen dir helfen zu wachsen, wir wollen dir helfen erfolgreicher zu werden mit deinem Business, deine eigene Mission, die du ja irgendwo hast, voranzubringen und das ist unser Job, dafür stehen wir, denn dein Erfolg ist auch unser Erfolg und ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag, ganz ganz viel Erfolg und Sales, wenn heute ein normaler Arbeitstag ist und wir sehen uns im nächsten Video, macht's gut, bis dahin, euer Markus, ciao.